Hallo, mein Name ist Thorsten Kluske und ich bin hier bei Entner Wohnideen in Leingarten und in diesem Video erzähle ich euch alles über das Siemens Induction Air Plus Kochfeld. Was man den Geräten erstmal gar nicht ansieht, ist ob sie mit Umluft oder Abluft betrieben werden. Umluft heißt die Luft wird hier angesaugt und unten im Fußraum meistens wieder raus gepustet und Abluft würde heißen die Luft wird oben angesaugt und nach draußen geführt. Beides ist möglich. Ich zeige euch mal so ein bisschen wie das ganze funktioniert. Das ist im Prinzip der Fettfilter, meiner Meinung nach das wichtigste bei dem ganzen Abluft- oder Umluftsystem. Diese beiden Fettfilter saugen wie der Name schon sagt oder nehmen das Fett auf und kommen danach zum Reinigen einfach in die Spülmaschine. Dieses ganze Gebilde könnt ihr in die Spülmaschine stecken. Also die beiden Fettfilter herausnehmen in die Spülmaschine und diesen Rahmen eben auch. An dem Rahmen seht ihr übrigens gleich, gleich vorweg, die Frage kommt oft wie viel Wasser kann das aufnehmen, wenn mal was überkocht. Also ihr habt hier diese Fläche oder diese kleine Mulde, da passt schon eine Menge rein. Also meistens merkt man dann schon, es kocht was über. Es ist sogar so, dass noch mehr Wasser aufgenommen werden kann, denn das ganze würde dann hier nochmal überlaufen und landet in so einem Behälter mit 700 Milliliter Fassungsvermögen unter dem Gerät. Also das kann man abschrauben und auch noch lernen. Aber meistens so viel wird gar nicht darin landen. Dazu gibt es bei dem Umluftsystem diese Kohlefilter. Die halten etwa 360 Betriebsstunden. Also sagen wir mal, ihr kocht eine Stunde am Tag, ein Jahr, ihr kocht eine halbe Stunde, etwa zwei Jahre. Vier Stück davon sitzen hier und wenn das Fett erstmal rausgefiltert wurde, werden hiermit die Gerüche auch noch rausgefiltert. Danach wird das die Luft geführt. Also einmal so zum groben Erklären, es geht hinten nach unten und kommt dann aus dem Fußraum wieder raus. Wenn ihr ein Abluftsystem habt, also wo die Luft nach draußen geführt wird, über einen Kanal, dann braucht ihr diese Geruchsfilter natürlich nicht, weil dann der Geruch sowieso draußen ist. Man muss sich aber klar machen, wenn Luft abgeführt wird, ist es natürlich auch ein bisschen warme Luft, die nach draußen geführt wird. Das heißt also, ihr pumpt ein bisschen warme Luft aus dem Raum und führt sie nach draußen. Bei einem Niedrigenergiehaus würde man wahrscheinlich darauf achten, dass es ein Umluftbetrieb ist. Dann empfiehlt sich eben der Fettfilter und dahinter der Aktivkohlefilter. Man setzt sie einfach hier wieder so ein und wenn das Ganze gereinigt ist, kommt das hier wieder rein und ist wieder betriebsbereit. Also super einfach zu reinigen. Auch so vorweg, die Frage, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Das saugt hier einfach sehr stark ein und meiner Meinung nach funktioniert es sogar besser als eine Haube, die oben drüber gebaut ist, weil ja da die Entfernung doch recht weit ist. Also um Fett. Fett steigt eben von allein nicht nach oben. Um das Fett hier drin zu sammeln, ist es einfach sinnvoll, direkt da, wo es entsteht, zu saugen, wenn hier eine Pfanne eben draufsteht. Das Kochfeld, was wir jetzt hier haben, ist ein aufgesetztes Kochfeld. Das heißt, wir haben hier so einen rahmenlosen Rand. Hier rechts und links sind noch mal so zwei kleine schwarze Metallteile angebracht, aber das Ganze sitzt auf der Platte. Wenn ihr eine Granitplatte oder eine Steinplatte habt, kann man das auch flächenbündig einsetzen. Dann wäre das eine Fläche. Hier sitzt es jetzt oben drauf. Beide Möglichkeiten gibt es. Die Breite jetzt bei dem Kochfeld ist 80 Zentimeter und wir haben jeweils vier Induktoren, also die eine Fläche bilden. Ich mache das Ganze mal an. Und in diesem Zustand sieht man hier rechts und links auch die beiden Flächen, die man beheizen kann. Ich kann also entweder diese vier angedeuteten Flächen zusammenschließen, was jetzt der Fall wäre, oder ich kann sie auch trennen in 2x2 und kann dann zwei Töpfe drauf platzieren. Jetzt zeige ich euch mal im Detail die Bedienelemente, die es bei dem Induction Air Plus Kochfeld gibt. Also im Prinzip wird es auch wie die Öfen von links nach rechts bedient. Ich habe hier links erstmal den Ein- und Ausschalter. Das Gerät ist schon an. Jetzt ist es ausgegangen. Ich mache es worum es jetzt geht. Das nächste ist der Dual Light Slider. Das heißt also, ich habe einmal für die linke Seite und für die rechte Seite zwei lange Slider, mit denen ich die Temperatur einstellen kann. Ich gehe mal im Moment erstmal, stelle ich die Lüftung aus, weil die ja doch ein bisschen lauter ist. Also zeige ich euch erstmal nur, wie die Funktion von dem Slider ist. Das heißt, ich kann hier mit dem Finger rüberfahren und die Temperatur einstellen. Die höchste Heiztemperatur nennt sich Boost-Funktion. Wenn ich einmal drauf tippe, habe ich die normale Boost-Funktion und wenn ich zweimal hintereinander drauf drücke, zeigt das noch so ein kleines Minus, habe ich eine Boost-Funktion, die sich nach einer gewissen Zeit wieder abschaltet. Also das heißt, so ein Aufheizen über einen bestimmten Zeitraum. Also einmal drücken, normal Boost, unendlich lang sozusagen. Irgendwann schaltet es auch ab, wenn es zu heiß wird. Und zweimal Boost-Knopf drücken ist über eine bestimmte Zeitdauer. Meistens benötigt man so eine hohe Aufheizphase gar nicht. Ich würde auch immer empfehlen, diese Boost-Funktion immer nur mit einem für Gerichte, in denen auch Wasser erhitzt wird oder Flüssigkeiten erhitzt werden, zu nutzen. Für eine Bratpfanne kann die Boost-Funktion über lange Zeit schon schädlich sein. Das heißt also, eine Teflon-Beschichtung könnte sich auch dadurch zersetzen oder kaputt gehen. Also das braucht ihr meistens gar nicht. Ich habe jetzt hier einmal die rechte Fläche, die ja wie schon gesagt aus vier kleinen Induktorenflächen besteht, als Ganzes zusammengefügt. Das heißt also, es ist eigentlich egal, ob ich den Topf in die Mitte stelle, nach ganz hinten oder eben nach vorne. Induktion heißt, es wird nur der Topf erhitzt. Also der Topf muss aus einem magnetischen Material bestehen und dieses magnetische Material wird an der Stelle, wo es in Kontakt mit den Induktoren kommt, erhitzt. Also hier bleibt es kalt, hier ist es heiß, schiebe ich das Ganze nach hinten, habe ich hier zwar jetzt etwas Hitze, die sozusagen eine Rückwärme ist von dem Topf, aber es wird jetzt hier nicht mehr weiter erhitzt. Obwohl ich die Einstellung einfach lasse, kann ich die ganze Fläche benutzen. Das bietet sich auch an, wenn ich jetzt nicht so einen kleinen Topf nehme. Wenn ich zum Beispiel so eine Grillplatte verwende, die kann ich jetzt auf diese zusammengeschaltete Fläche legen. Ich verbinde wieder beides und erhitze jetzt die komplette Platte. Es wäre auch möglich, das wieder zu trennen. Das heißt, ich habe jetzt einen hinteren Bereich, einen vorderen Bereich und stelle mir vorne eine hohe Hitze ein, wo ich Sachen vielleicht scharf anbrate und im hinteren Bereich eine etwas niedrigere Hitze. Ich nehme jetzt mal nur Stufe 2 vielleicht, wo ich die Sachen dann noch mal nachgaren kann oder warm halten kann. Also das geht mit dieser Grillplatte. Das gleiche funktioniert auch mit dieser Edelstahlplatte, die nennt sich Teppanyaki-Platte. Ist so ein Mehrlagenmaterial. Das heißt, einmal natürlich ein Material, was magnetisch ist. Also ein Edelstahl, der trotzdem noch magnetisch ist. Oben ist ein Edelstahl, der nicht rosten würde. Und dazwischen ist eine Aluminiumschicht, die die Temperatur gut leitet. Also auch diese Platte kann ich hier draufsetzen, das Ganze wieder zusammenschließen und dann entweder komplett beheizen. Ist natürlich schön komfortabel, da passen viele Steaks drauf. Oder aber auch mir hinten eine etwas niedrigere Temperatur und vorne eine hohe einstellen. Sollte euch mal was überkochen oder hier sind doch einige Fettspritzer, dann hat das Gerät eine Wischfunktion. Das heißt, damit ich die Einstellung, wenn ich jetzt hier rüber wischen würde, nicht verändere, drücke ich einmal die Tasse zum Wischen und kann jetzt hier alles reinigen. Da habe ich 35 Sekunden Zeit für. So, ich mache alles sauber. Und nach den 35 Sekunden springt die Anzeige wieder um und zeigt wieder die herkömmlichen Funktionen. Wenn ihr Sachen fertig gegart habt und die nicht anbrennen sollen, also sagen wir mal ein Milchreis zum Beispiel, das ist ja doch die Gefahr am Topfboden immer ein bisschen größer. Dafür gibt es eine Warmhaltefunktion. Das heißt, ich habe hier eine extra Taste, die wähle ich aus und kann dann sagen, bestimmen, welches Kochfeld nur warm gehalten werden soll. Ich habe jetzt einmal dieses hier genommen. Das zeigt mir das über ein L an, also für Low. Und jetzt habe ich keine Gefahr, dass es anbrennen würde, sondern der Milchreis oder was auch immer wird nur noch warm gehalten. Um zu wissen, wie lange etwas kocht, wenn ihr sagt, es braucht so fünf Minuten, aber ihr wollt einfach mal nur so eine Art Stoppuhr laufen lassen. Dafür gibt es hier auch eine Funktion. Die drücke ich einfach und dann läuft in Sekunden die Zeit. Also ja, wie bei einer Stoppuhr. Dann hat man so ein bisschen den Überblick. Man kann sich das aber auch einfach mal anschalten, wenn man Eier kocht, was auch immer. Man kann aber auch das Kochfeld damit steuern. Das heißt also, ich habe hier eine Timerfunktion und stelle, sagen wir mal, zehn Minuten ein und dann läuft dieser Timer rückwärts. Wenn die zehn Minuten abgelaufen sind, gibt es ein Signal. Wenn ich die Taste erneut drücke, kann ich mir ein Kochfeld aussuchen. Jetzt dieses hier. Das wird durch so einen Pfeil angezeigt. Und wenn ich jetzt einen Timer starte, sagen wir mal vier Minuten, dann wird nach vier Minuten das Kochfeld auch abgeschaltet. Also kann ich dieses Kochfeld, wenn ich sage, da ist Milchreis, nochmal als Beispiel Milchreis drauf. Nach 40 Minuten soll das ausgehen. Dann steuere ich mit dem Timer speziell diesen Topf. Das gilt übrigens auch für alle vier Flächen. Also ich könnte hier vier Töpfe draufstellen und jedem Topf einen Timer zuordnen und sagen, der soll nach vier Minuten ausgehen, der soll hier nach zehn Minuten ausgehen und so weiter. Also damit hat man eine ganz gute zeitliche Kontrolle über das Ganze. Wenn ihr mit einem Topf schon angefangen habt zu kochen, also ich habe jetzt hier einen Topf, der wird auf 6,5, auf der Stufe 6,5 erhitzt. Und jetzt überlegt euch, ich hätte gern diese ganze Fläche doch für einen Bräter oder was auch immer, kann man den Topf einfach versetzen. Das heißt, ich nehme ihn von hier, stelle ihn jetzt hier rüber und das registriert das Kochfeld. Jetzt blinkt die Anzeige und durch ein T wird signalisiert und ich werde gefragt, ist das der Topf, der von da drüben kommt. Jetzt kann ich einfach einmal drauf tippen und die entsprechend eingestellte Temperatur, also 6,5 hatte ich jetzt hier, wird jetzt hier rüber kopiert sozusagen. Jetzt hätte ich hier wieder Platz, um neue Töpfe draufzustellen oder was auch immer. Jetzt zeige ich euch eine meiner Lieblingsfunktionen bei dem Kochfeld und auch gerade in der Kombination mit dieser Teppanyaki Platte. Also das ist im Prinzip eine große Bratpfanne. Sie besteht aus so Mehrschichtmaterial, das heißt, unten ist ein Metall, was magnetisch ist, damit das mit Induktion funktioniert. In der Mitte ist Aluminium, was gut leitet und oben Edelstahl, der nicht rostet. Also so sehr pflegeleicht, man kann die Platte nach dem Braten, was auch immer, in die Spülmaschine geben. Man kann auch dadurch, dass sie einen kleinen Rand hat, eine Soße noch ansetzen mit den Bratrückständen, die man hat. Also eigentlich eine schöne große Bratpfanne, passen locker 6 Steaks bestimmt rein. Und die Grundfrage ist ja immer, wenn man was brät, wann hat die Temperatur, wann hat die Pfanne die richtige Temperatur? Also für Steaks braucht man eine möglichst hohe Temperatur, damit man die Oberfläche schön rösten kann. Und wenn man die Steaks zu früh in die Pfanne gibt, dann tritt meistens Wasser aus und das Ganze wird nicht mehr gebraten, sondern eher gekocht. Um die Temperatur festzustellen, gibt es so ein paar Tricks. Manche geben Wasser hinein und wenn sich so Kugeln bilden, dann hat man die richtige Temperatur erreicht. Aber bei dem Kochfeld geht es viel einfacher und zwar mit dem Bratsensor. Den schalte ich einfach ein, wähle die Platte jetzt aus in diesem Fall und jetzt habe ich fünf Stufen, in denen ich verschiedene Temperaturen ansteuern kann. Also Stufe 1 ist eine relativ geringe Temperatur für Pfannkuchen, für Eierspeisen. Das geht dann immer höher über Stufe 2. Ich mache mal den Abzug aus, erzähle ich euch später noch was drüber. Das ist ein Automatikmodus bis Stufe 4 und 5. 5 wäre richtig hohe Hitze, um Steaks anzubraten. Das heißt, ich brate etwas kurz an und gas dann im Ofen weiter. Stufe 4 ist auch eine hohe Temperatur, aber nicht ganz so hoch. Das ist ideal, wenn man Sachen in der Pfanne fertig garen möchte. Also zum Beispiel ein paniertes Schnitzel, was ja ein bisschen länger Zeit braucht, aber ich möchte nicht, dass es so schwarze Stellen hat oder verbrannte Stellen. Also dafür sind Stufe 4 und 5 gut. Ich habe den Bratsensor jetzt aktiviert. Ich gehe mal auf Stufe 2 einfach so, wenn die Temperatur erreicht ist. Stufe 2 wäre jetzt vielleicht so für Pfannkuchen oder ganz vorsichtig Gemüsebraten. Wenn die Temperatur erreicht ist, dann gibt das Kochfeld ein Signal und die Pfanne, die im Moment hier als Symbol noch blinkt, leuchtet dann dauerhaft. Und dann weiß ich, ich habe jetzt die perfekte Temperatur. Die Temperatur wird auch immer automatisch nachgeregelt. Also wenn ich jetzt was hineingebe, kühlt ja die Pfanne kurz ab, dann wird wieder ein bisschen aufgeheizt. Das passiert alles im Hintergrund. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Also der Bratsensor ist sozusagen so ein Autopilot. Einfach einstellen und alles weitere erledigt das Kochfeld. Neben dem Bratsensor, der im Prinzip für Pfannen geeignet ist, gibt es auch einen Kochsensor für Töpfe. Der funktioniert ein bisschen anders, kontrolliert aber auch die Temperatur. Ich habe jetzt hier diesen Kochsensor. Der wird auf so einen aufgeklebten Adapter, den klebe ich auf den Topf auf. Der hält auch eine Spülmaschinenwäsche aus, ist kein Problem. Ist magnetisch und da kann ich den so dran setzen. Um den zu aktivieren, drücke ich den einmal und ab dem Moment verbindet er sich mit dem Kochfeld. Ich sage jetzt, dass ich hier diesen Topf gern damit beheizen möchte. Setze ihn hier dran. Und kann jetzt fünf Stufen auswählen. Also es fängt an bei 70 Grad. Das wäre um, sagen wir mal, Eier so einfach vorsichtig zu garen und geht hoch bis 170 Grad zum Frittieren. Dann hätte ich hier Fett drin. Es ist wichtig, dass man den Kochsensor immer mit Deckel benutzt. Das heißt, das Gerät kontrolliert ja jetzt die Temperatur im Topf. Und um das genau zu überprüfen, muss der Deckel aufgesetzt sein. Außer beim Frittieren natürlich. Beim Frittieren kann man den Deckel aufsetzen während der Aufheizphase. Auch hier wird wieder ein Signal abgegeben, wenn die Temperatur erreicht ist. Und danach zum Frittieren kann man den Deckel abnehmen. Ich stelle einfach mal Stufe 1 ein. Also 70 Grad wird hier oben auch nochmal angezeigt. Nur zum Vergleich. Bei Stufe 2 bin ich bei 90 Grad. Das ist so simmern lassen. Stufe 3 100 Grad ist Kochen. Stufe 4 120 Grad ist für den Schnellkochtopf. Durch den hohen Druck im Schnellkochtopf erreicht das Wasser ja Temperaturen von 120 Grad etwa. Und Stufe 5, wie schon erwähnt, sind 170 Grad zum Frittieren. Ich nehme einfach mal diese 70 Grad Celsius. Ja, wenn ihr vielleicht mal Würstchen warm machen wollt, dass die nicht platzen sollen, solche Sachen. Im Topf habe ich jetzt Wasser. Und zwar so hoch gefüllt, dass dieser Kochsensor im Prinzip abgedeckt wird. Also das Wasser steht jetzt so etwa bis hier. Das Signal habt ihr gerade gehört. Jetzt habe ich hier die 70 Grad erreicht im Wasser. Ich kann jetzt meine Würstchen hier reinlegen. Und das Ganze wird jetzt die ganze Zeit permanent auf 70 Grad gehalten. Also eigentlich die perfekte Möglichkeit, um Sachen mal so nebenbei, ja, mal wieder irgendwie Oktoberfest-Würstchen gemacht werden, was auch immer. Um die Temperatur die ganze Zeit genau zu halten. Auch beim Frittieren ist es eben super. Denn da ist ja oft die Gefahr, wenn das Frittierfett zu heiß wird, dass die ganzen Sachen verbrennen und dann zu schwarz werden. Also ja, auch so eine Art Autopilot. Nur für den Kochtopf. Eine Funktion, die man sich aus der Gastro-Küche ein bisschen abgeguckt hat, nennt sich Power-Move. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen in so einer Großküche. Da heizt man meistens die Kochflächen richtig volle Pulle auf und die bleiben die ganze Zeit heiß. Und nur durch das Verschieben der Töpfe reguliert man die Temperatur. Also das heißt, man zieht den Topf einfach von dem Kochfeld ein bisschen runter. Sowas ist im Prinzip hier auch integriert. Ich kann jetzt einfach mal diese beiden Kochfelder zusammenschließen und habe auf beiden Seiten die Power-Move-Taste. Das heißt, das ganze Kochfeld wird jetzt in verschiedene Zonen eingerichtet. Vorne habe ich eine heiße Stufe, also Stufe 9. Wenn ich den Topf in die Mitte schiebe, springt die Temperatur oder der Regler auf Stufe 5. Und wenn ich nach ganz hinten gehe, geht es weiter runter auf Stufe 1,5. Das heißt, hinten kann ich Sachen nur noch warm halten. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte die Soße noch mal richtig erwärmen, dann ziehe ich sie nach vorne. Es geht wieder auf Stufe 9. Wenn sie aufkocht und ich sage, jetzt ist sie heiß genug, ich kann mich um die restlichen Zutaten kümmern, gehe ich wieder nach hinten. Das gleiche gilt auch für Fleisch, was man brät. Also mit einer Pfanne funktioniert das Ganze natürlich auch. Vorne scharf anbraten. Wenn man das Steak oder was auch immer gut gebräunt hat, geht man vielleicht in die Mitte auf Stufe 5 zum Nachgaren und dann nach ganz hinten nur noch zum Warmhalten. Diese drei Stufen kann ich mir auch individuell noch einstellen. Also ich kann auch sagen, ich möchte vorne nicht Stufe 9, sondern nur 7. Oder ich möchte das Ganze umdrehen. Ich möchte gerne hinten die höchste Stufe und vorne dann die kleinste, wie ihr das wollt. Zum Schluss zeige ich euch noch so ein bisschen den zweiten Teil dieses Geräts. Das ist ja im Prinzip ein Gerät, was aus zwei Geräten besteht. Also einmal ein Kochfeld und zum anderen auch ein Dunstabzug, der hier integriert ist. Das habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt, wie man das rausnimmt und reinigt. Jetzt geht es so ein bisschen um die Funktion. Ihr habt zwei Möglichkeiten, das zu steuern. Zum einen im Automatikmodus. Das ist die Taste hier genau in der Mitte. Das heißt, es wird im Prinzip so eine Art Nase im Gerät aktiviert und die überprüft die ganze Zeit die Brasen. Und regelt dementsprechend die Abzugsleistung hoch oder runter. Das nennt sich bei Siemens Luftgütesensor. Also der Sensor überprüft die Luft, die hier ankommt. Es ist also so, dass wenn ich jetzt Wasser koche, wie in diesem Fall, der Lüfter gar nicht unbedingt so hochfahren muss, denn es ist ja nur normales Wasser. Das heißt, es ist ja gar kein Geruch. Also dieser Luftgütesensor, der unterscheidet schon, ob das nur Wasserdampf ist oder ob das eben Geruch ist. Also Fett aus einer Pfanne mit Fischgeruch, was auch immer. Solche Brasen, die sehr intensiv sind, ja meinetwegen nach Fisch riechen, da würde er die Lüfterleistung hochfahren. Aber im Prinzip regelt er das alles automatisch. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Man stellt das Gerät nur ein, regelt das hoch. Ich könnte jetzt hier auch die Temperatur in dem Topf mal hoch regeln. Und dementsprechend wird die Lüfterleistung immer angepasst. Wenn man nicht in diesem Automatikmodus das Gerät betreiben will, kann man das auch manuell ansteuern. Im Moment habe ich hier noch ein A stehen für Automatik. Ich kann das aber auch selbst regeln, also runter regeln oder auch ganz hoch regeln. Ich koche das Wasser jetzt mal etwas weniger und nehme mal die höchste Stufe, damit ihr mal hört, wie laut das ist. Es geht aber noch. Das ist auch so ein bisschen der Vorteil, weil das hier unten angebracht ist und nicht auf Ohrhöhe. Das wäre jetzt die höchste Leistung. Im Prinzip würde diese Stärke aber für das Wasser schon ausreichen. Und da kann man sich noch gut dabei unterhalten. Die Frage kommt oft, ob das gut funktioniert. Ja, es funktioniert einwandfrei, weil die Lüfterleistung einfach sehr stark ist. Also der Weg von hier, wenn es fett ist, bis hier rein, ist sehr kurz. Wenn man hier oben eine Haube hängen hätte, dann ist einfach die Entfernung groß, die man da überbrücken muss. Außerdem, wenn ich in einem Topf rühre mit einem Löffel oder was auch immer, unterbreche ich immer diesen Dunstabzug, der sich einmal aufgebaut hat. Ja, also diese Luftsäule, die sich aufgebaut hat. Und wenn die erstmal unterbrochen ist, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Mein Tipp also, wenn ihr euch so einen Block in die Küche stellt, dann nehmt auf jeden Fall ein Gerät mit integriertem Abzug nach unten. Könnt ihr auch besser in die Küche gucken und so mit den Leuten reden, was auch immer. Ich sch别 увидete, jeweils das filtered auf jeden Fall. Vielen Dank.